Hallo zusammen, da sind wir wieder im nächtlichen McFit. Ich bin euer Gotti und das ist der Maid, der heute bei mir ist. Hier stellen wir euch dieses Mal von der Gym-80-Reihe, der McFit-Trainings-Reihe, die Bizeps-Maschine vor. Ich weiß, normalerweise sind Maschinen im Armbereich Bizeps, Trizeps recht unbeliebt. Vor allem für die Männer da draußen ist es ja unmännlich, nicht die harten Gewichte durch die Gegend zu schieben. Und man sagt ja sogar, freie Gewichte sind das, was wirklich den Muskel immer wieder reizt. Aber ich kann nur jedem die Maschine mal empfehlen. Vor allem, bei der Maschine hat man eine wirklich gute Isolation auf dem Bizeps und die kann man auch in verschiedene Weise nutzen. Wir machen es wie immer einmal vor mit MyPool zuerst. Ich schaue einfach mal, wie er das macht und danach bin ich dran. Bei der Maschine, ganz simpel, gibt es nur eine Einstellungsmöglichkeit und das ist die Sitze. Und da kann man was richtig und falsch machen. Wir versuchen den Bizeps zu isolieren. Das heißt, wir versuchen die Sitze so einzustellen, dass wir genau hier reinpassen, dass das gar ausgefüllt wird. Nicht zu weit oben, das machen die meisten, dass das Brett erst hier anfängt und wir lehnen uns so ein bisschen drüber. Das wollen wir gar nicht. Und natürlich auch nicht zu weit unten, dann hängt der Arm nur nach oben. Genau in diesem Winkel fügt sich das Brett hier ein. Dann haben wir die richtige Sitze. Dann können wir uns reinlehnen und den Hintern nach hinten. Hallo. Auch hier lehnen wir uns wieder nach vorne. Hintern nach hinten, Schulter rein. Und ihr seht, er benutzt die einarmige Variante. Dazu kommen wir gleich noch, warum diese eigentlich die einzig gute Variante ist bei der Maschine. Ganz wichtig, wie bei vielen Bizepsübungen. Hoch. Kontrolliert. Kurz oben halten. Richtig, richtig anspannen. Langsam nach unten. Kontrolliert. Das ist das Wichtigste. Immer die Kontrolle brauchen. Kurz vor der Streckung. Nicht durchstrecken. Auch ganz wichtig. Oben wieder halten. Langsam runter. Handgering gerade halten. So wie er das hier macht. Und nicht hinterher ziehen. Richtig fest, Mann. Und. Und. Richtig hart. Und. Gut, danke sehr. Warum machen wir das mit einem Arm an der Maschine lieber als mit zwei? Nun ja, die Maschine, und das ist das, was die Maschine meistens auch ein bisschen unbeliebter macht, hat eine sehr vorgefertigte Bewegung. Wir können also, je nachdem, wie groß wir auch sind, unsere körperlichen Gegebenheiten nicht so gut anpassen. Hier bewegen sich zwar schon diese Griffe, wie ihr seht. Allerdings, wenn wir beide Arme benutzen, egal wie breit wir sind, egal wie schmal wir sind, wir haben hier das sehr stark vorgegeben. Denn das Drehen bringt uns hier relativ wenig. Wir können ja die Hand nicht eindrehen in die Richtung. Man müsste sie eher so drehen können. Das wäre schon besser. Dann könnten wir mit dem Hammergriff das machen. So. Ist hier nicht der Fall. Damit wir, wiederum, ein bisschen besser im Spielraum werden, wenn wir uns die Handgelenke nicht kaputt machen, weil das ist beim Bizeps nun mal das große Problem. Machen wir das irgendwie, wie es unkomfortabel ist. Wie zum Beispiel auch bei der Langhandgelenke. Wenn wir das machen, können wir uns auf Dauer, gerade bei höheren Gewichten, die Handgelenke kaputt machen. Benutzen wir nur einen Arm. Können wir, so wie ich das jetzt direkt mache, ich muss mit dem Körper nicht gerade sein, Ich kann mich reindrehen. Ich kann mich ganz reindrehen, nur halb reindrehen. Dadurch habe ich schon eine etwas komfortablere Stellung. Man kann das wesentlich besser beeinflussen. Und natürlich kann ich mich auf einen Arm konzentrieren. Versucht es mal und ich wette, es wird euch besser gefallen. Wenn ihr, besonders bei höheren Gewichten, die Maschine erstmal anhebt, die erste Wiederholung, wenn ihr das raushebt, bitte nicht anfassen und mit dieser extremen Spannung und sogar dem Stretch einfach anfangen, das anzuheben. Nein, wir wunkeln es an, gehen damit hoch und benutzen sie dann. Und genauso setzen wir die auch ab. Wenn ihr richtig viel Gewicht drauf habt und dann einfach zum Schluss schnacken lasst und der Arm ist gerade, da kann euch mal die Sehne abreißen. Und dann sieht es richtig böse aus für Bizeps. Also, hier geht ihr vielleicht noch runter und dann geht ihr raus und setzt sie ab. Das ist das Richtige, anfangen und beenden mit dieser Maschine. Versucht es einfach mal, ich kann es nur empfehlen, macht richtig Spaß. Wir haben auch ein Video auf diesem Kanal, wo ich ein System vorstelle, wie man hier besonders gut dran trainieren kann. Schaut es euch einfach mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Maid hat es schon wieder gegangen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Euer Gotti. Ich hoffe, es hat euch gefallen.